Die leichte Aluminium Trittleiter ist perfekt für den Werkstattalltag. Die technischen Details zeige ich euch jetzt. Die dreistufige Trittleiter ist 60 cm hoch und ideal für alle schwer erreichbaren Dinge in der Werkstatt. Die Trittstufen sind mit einem rutschhemmenden Profil ausgestattet. Kunststofffüße schützen den Boden und verhindern, dass die Trittstufe wegrutschen kann. Der Bügelmechanismus verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Die Trittleiter ist mit 150 Kilo belastbar und lässt sich nach Benutzung platzsparend zusammenklappen.